Jawline kreieren und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Die Jawline kann ein Doppelkind verschwinden lassen und das Gesicht einfach förmiger aussehen lassen. Und das möchten wir auch heute hier mit der natürlichen Hyaluronsäure erreichen. Und ich denke, das ist auch uns gut geglückt. Die Patientin ist glücklich.